ja hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem video hier habe ich für euch die stormy flash 30 millimeter 13 schuss eine sehr sehr schöne blinker batterie die gibt es derzeit bei lidl hier sind noch die daten ist übrigens die 2020er charge so sieht das teil von innen aus schön mit schwarzem seitenpapier und ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß mit diesem video der stormy flash sehr sehr schwach schwach geworden stormy flash schwach geworden schwach geworfen Vielen Dank.